Ein freundlicher Meister Ein Schüler ist fasziniert vom freundlichen Umgang seines Meisters mit anderen Menschen. Deshalb will er wissen, Meister, wer hat dich diese Freundlichkeit gelehrt? Und wie kann ich auch so freundlich werden wie du? Der Meister antwortete mit einem Lächeln. Nicht ein Lehrer, sondern viele Lehrer haben mich Freundlichkeit gelehrt. Und ich lerne immer noch. Der Schüler war verwundert. Der Meister fuhr fort. Alle unhöflichen Menschen waren und sind meine Lehrer. Ich habe mir stets gemerkt, was mir am Benehmen dieser Menschen missfallen hat. Und dann habe ich mich bemüht, genau dieses Verhalten meinen Mitmenschen gegenüber zu vermeiden. Siehst du, so einfach ist das. Das war Gott, wie wir zu dem Lehrer sprechen Wie in den Heyersfeld sind meineNOISEing spitze in handy. Und dann ballen sie inf quanitemen. Aber wir hören nicht, wir hören haben. Ich er CJ hast da. Oberst du notation analysiert. Und dann wise �țf dissertation.